Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, willkommen zum Tele-Stammtisch, zur Besprechung des Films Anora. Ich bin der Stu und habe heute zum allerersten Mal Gäste, die nicht normalerweise bei uns in der Redaktion tätig sind. Ich habe mir, wie heißt es so schön, nicht Outfluencer und nicht Influencer, wie nennt man das denn, ist ja vollkommen egal. Ich sage erstmal Hallo an Marco und Hallo an Sam von NerdShit. Hi. Hallo. Wie heißt es denn, wenn man Leute so dazu holt, Söldner? Könnte man so sagen. Du könntest auch sagen, Auftragsreview, Vorleser, Schreiber. Ja, also kurz zur Erklärung, ich war bei uns in der Redaktion der Einzige, der Anora halt sehen konnte vorab. Und ich habe euch beide tatsächlich dann in der Pressevorführung getroffen und habe dann gesagt, ihr macht mit mir die Besprechung. Und ihr habt gesagt, jo, machen wir und jetzt sitzen wir hier und besprechen den Film Anora, der übrigens am 31. August, äh, nicht August, Oktober, Gott heilere, in die deutschen Kinos kommt. Bevor wir diesen Film aber besprechen, stellt euch doch gerne mal vor, wo findet man euch, was macht ihr und warum seid ihr besser als alle anderen? Oha, das ist aber, das ist aber eine Ankündigung. Ja, ich kann gerne anfangen. Ich bin Sam von NerdShit und man kennt mich auch als NerdShit schon seit einigen Jahren. Und ich bin eigentlich hauptberuflich Designerin und Illustratorin, aber in meiner freien Zeit beschäftige ich mich mit allem Nerdkram, der mir so begegnet. Und angefangen eben mit Filmen und später auch mit Videospielen. Und ja, ich streame sehr viel, ich mache sehr viel YouTube-Content. Beim Podcast war ich schon lange nicht mehr dabei. Aber ich freue mich über die Einladung. Dankeschön. Ich habe zu danken. Ja, und ich bin Marco. Man kennt mich im Internet eher unter Jesse Neven. Man kennt mich hauptsächlich aus Filmen wie Videospiele 1, 2, 3 und Jesse Neven in Gefahr. Ja, das sind so ein paar irgendwie ganz wilde Projekte, die ich irgendwann mal ins Leben gerufen hatte. Ich bin tatsächlich auch nur durch Zufall tatsächlich hier, weil ich ein Plus Eins von Sam war. Und habe eigentlich nur, also meine größte Verbindung zu Kino und Film und Fernsehen sind meine ganzen laufenden Streaming-Abos. Und Sam hat mich mitten diese, ja, Pressevorstellung vorab schon mit reingenommen. Und wo wir uns Sebastian dann auch kennengelernt haben, ne? Genau, genau. Und daraus entstand eine jahrelange Freundschaft. Ist das schon so lange her, dass wir Nora gesehen haben, oha? Ja, schon, schon, ah, locker, locker acht Jahre. Komisch, dass er erst jetzt rauskommt, oder? Das hat aber gedauert mit dem Schnitt. Ja, das stimmt. Sam, wir beide kannten uns schon vorher. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt bei diesem Animationsfilm Ellie. Nee, tatsächlich noch früher, glaube ich. Also gesehen haben wir uns bei Spy Family das erste Mal. Aber so länger unterhalten haben wir uns dann bei Ellie. Man musste ja erst mal auch wissen, wer die anderen sind und so. Man kann ja nicht einfach jedem über Filme reden. Schüchtern, ich kenne das. Ja, ja, ich kenne das. Ich bin da auch sehr schüchtern. Aber gut. Vielen Dank bis hierhin. Wir werden jetzt über Nora reden. Und Sam, du hast dich bereit erklärt, mal eben kurz zusammenzufassen. Nora, worum geht es überhaupt? Ja, das ist eine Aufgabe, sage ich dir. Ja, im Mittelpunkt der Geschichte steht Nora, die andauernd erwähnt, dass sie lieber Annie genannt werden will. Und die 23-Jährige arbeitet eben als Stripperin in einem gut besuchten Club in Brooklyn. Und hier bedient sie eben die unterschiedlichsten Kunden von so zwielichtigen Geschäftsmännern bis hin zu nervösen Junggesellen auf der Suche nach einem letzten Abenteuer vor dem Ernst des Lebens. Und ja, sie ist halt keine, ja, gewöhnliches Gyptop-Känzlerin, könnte man sagen. Sie hat halt viele Träume und Ambitionen. Und auch wenn das in ihrer aktuellen Lebenssituation oft nicht so dargestellt wird. Ja, und zwischen diesem Alltag, in dem sie bei ihrer Schwester noch wohnt und der Nacht der Party, der bezahlten Partys. Ja, das zehrt manchmal an ihren Kräften. Und eines Abends betritt Ivan, der Sohn eines russischen Oligarchen, den Club. Und während sie einfach nur zu Abend essen will, überredet ihr Chef sie dazu, mit dem Kunden zu quatschen, denn sie ist die einzige seiner Mitarbeiterinnen, die Russisch spricht. Und er, naja, sein Englisch ist nicht so das Beste. Und ja, der junge Mann, der wirkt natürlich viel jünger und naiver, als sein Reichtum ihn vermuten lässt. Der bucht die dann für eine ganze Woche als seine Begleiterin. Und von da an könnte man meinen, man sitzt in Pretty Woman. Die beiden fliegen nach Vegas und wo sie betrunken von Glamour und Exzess getrieben spontan heiraten. Und daraufhin wendet sich natürlich Annis Schicksal dramatisch. Denn als Ivans Eltern von der Hochzeiterfahrung alles dransetzen, diese Ehe schnellstmöglich zu annullieren, ja, da schicken sie ihre, ich sag jetzt mal, Schlägertypen los, um das Ganze in die Wege zu leiten. Ich hoffe, ich hab's gut zusammengefasst. Es war wunderbar. Und jetzt macht der Marco das nochmal und versucht es besser? Nein, nein, nein. Also, ich kann dazu nur sagen, sie hat sehr frei gesprochen, die Präsentation war gut und ich fand die PowerPoint-Folie Nummer 6, die hat mich am meisten ergriffen. Ja, vielen Dank sehr. Gerne, gerne. Ja, du hast es schon gesagt, diese eine Filmtitel, mit dem der Film auch wirklich häufig verglichen wird, Pretty Woman. Und der Film hatte ja seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Cannes und hatte auch gleich die Goldene Palme gewonnen. Und auch da hab ich schon gehört, ja, das ist so eine Art moderne Pretty Woman. Und ich dachte mir so, ah nee, das kann doch nicht sein, dass ein Film in Cannes gewinnt, den man als moderne Variante von Pretty Woman bezeichnet. Jetzt hab ich ihn gesehen und ich muss sagen, zumindest in der ersten Hälfte, der Vergleich mit Pretty Woman passt schon ganz gut. Oder siehst du was anders, Marco? Boah, die erste Hälfte, ich weiß gar nicht, ob ich so weit gehen würde, denn nach hinten raus hat er sich für mich mehr gezogen, um ehrlich zu sein. Eher so erste Drittel war wirklich auch mein erster Gedanke so, ja, okay, ist eine moderne Art und Weise, eine aktuellere Erzählweise von Pretty Woman. Auch generell sehr viel dreckiger, weil, gut, Pretty Woman spielt in Los Angeles am Sunset Boulevard, nee, nicht am Sunset Boulevard, Rodeo Drive, ne? Ja, beides. Ja, okay. Und Nora, meines Wissens, wenn ich das richtig in Erinnerung hab, war Chicago? Nee, es war Brooklyn tatsächlich. Ach, Brooklyn, stimmt, ja, stimmt, hattest du ja eben auch gesagt gehabt. Aber, also ist halt nochmal dann ein anderes Klima, andere Lichtverhältnisse, die dann halt so fürs Optische bei einem Laien wie mir dann auch, ja, diese dreckigere Version darstellen. Vor allem, weil man halt Julia Roberts in Pretty Woman halt nie so beim Dirty Koitus sieht, wie es dann halt bei Nora mehr als einmal gezeigt wird. Fast schon ein bisschen zu viel. Konntest du den Vergleich nachvollziehen, Sam, der getroffen wurde mit Pretty Woman? Ja, in einigen Momenten schon. Es gab so zwei, drei Momente, da wurde das auch so ein bisschen aufs Korn genommen, hatte ich das Gefühl. Denn, das ist jetzt ein bisschen länger her, da gab es so ein paar Szenen, in denen ich das Gefühl hatte, ach ja, okay, da wollte man so einen kleinen, so einen Mini-Seitenhieb zu Richard Gere und Julia Roberts schicken, was jetzt nicht schlimm sein soll. Beide Filme fangen halt damit an, dass man das Partyleben sieht, dass man sieht, wie, ja, Prostituierte oder, wie haben sie es im Film schon gesagt, Erotik-Tänzerinnen oder erotische Begleiterinnen, ja, erleben, was sie erleben. Und dann kommt eben dieser Punkt, wo sie sich treffen und dann geht die Geschichte weiter. Aber da würde es dann auch schon für mich aufhören. Denn, klar, auch in Pretty Woman gab es so dieses, sie dürfen nicht zusammen sein. Aber hier hat das ja einen ganz anderen Beweggrund auch. Denn in Pretty Woman, die sind ja viel erwachsener und älter und reifer, sage ich jetzt mal, als so eine Nora und so ein russischer Sohn. Ja, und man muss auch sagen, es gibt ja in Pretty Woman diese schöne Szene, in der Richard Gere kurz glaubt, dass Julia Roberts Drogen nimmt und sie dann schon vor die Tür werfen will und dann feststellt, das ist nur Zahnseide. Und ich dachte mir halt so, ja gut, bei Nora hätte der aber wirklich, dann wäre er ganz schnell alleine. Weil gerade was so Drogen angeht, also dieser Ivan, dieser kleine Oligarchensohn, sieht man den eigentlich einmal irgendwie nüchtern? Ich glaube nicht, oder? Nicht lange. Ich glaube, es gab so ein, zwei Momente, aber dann wurde direkt wieder losgelegt. Ja, ja. Ich habe nach dem Film auch gehört, dass einigen Leuten das zu viel war, dass denen das zu viel Exzess, zu viel Party war. Mich hat es nicht gestört, aber wie sieht es da bei dir aus, Marco? War es dir auch einfach irgendwann too much? Hättest du auch mal gerne eine Phase gehabt, wo einige Figuren auch mal nicht stoned in der Ecke sitzen? Das ist genau das, was ich eben halt meinte, so diese neuere, modernere Variante dessen. Ich glaube halt, was viele oder was dann halt der Kernpunkt dieser Aussage ist, ja, es war zu viel Exzess. Die wissen halt nicht, was teilweise auf manchen Hauspartys oder Partys generell tatsächlich passiert hinter verschlossener Tür. Und da möchte ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es war nicht zu viel. Ich finde generell die Darstellung, auch von dem ganzen Bongo, Bingo, was sie da die ganze Zeit abgezogen haben, ist okay, hat allerdings an manchen Momenten einfach den Film unnötig in die Länge gezogen. Also es ist realitätsnah her gewesen, meiner Meinung nach, aber man hätte es nicht so zeigen müssen. Also dieses exzessive Darstellen ist für meine Augen halt eigentlich eher dann für die Leute, die vielleicht gar nicht mehr wissen, was teilweise irgendwo hinter verschlossenen Türen abgeht. Ja, ich muss sagen, dass dieses Feedback zu dem Film auch, das ist jetzt gemein, aber wirklich auch von Leuten dann meistens kam, die halt dreimal so alt sind wie wir. Ja, okay. Um es mal ganz böse auszudrücken. Das ist aber schon sehr alt. Das stimmt, das stimmt. Das ist diese schon 50, das ist ja Wahnsinn. Also ich kann das verstehen, mich hat es zum Beispiel gar nicht gestört. Ich bin aber auch ein Fan des Regisseurs, über den ich dann gleich vermutlich ein bisschen abnerden darf. Aber findet ihr, dass der Film da eine gute Balance schafft? Oder sagst du, Sam, dass er dann manchmal vielleicht doch auch ein bisschen zu reißerisch ist, mit halt eben wie er Sexualität und Drogen und sonstige Sachen einfängt? Ich finde nicht. Ich finde, ja, es gab so ein paar Momente, da dachte ich mir, okay, ich muss jetzt nicht nochmal den Hintern von irgendwem sehen. Ja, gab es so nach 50 Minuten, dachte ich mir, gut. Aber ich finde, das fängt es ja ganz gut ein. Es sollte ja eben keine romantische Liebesgeschichte mit einem Happy End sein, wo alle Friede, Freude, Eierkuchen essend dort sitzen. Und ja, hurra, er hat jetzt die Liebe seines Lebens gefunden. Ich glaube, das sollte das Ganze unterstreichen, dass die beiden sich eben nicht so lange kennen, dass sie, sie nutzt die Situation genauso aus wie er. Und vielleicht, glaube ich, wenn sie mal nüchtern gewesen wären, also sie war ja oftmals nüchterner als er, ich glaube, dann hätten sie sich dem Ganzen stellen müssen, dass das gar nicht funktionieren kann. Und ich glaube, ihre Geschichte in dem Punkt funktioniert halt auch nur, weil die dauernd drauf sind. Ja, wobei, also ich finde es halt ganz spannend, wie der Regisseur und auch der Drehbuchautor, der Sean Baker, auch ein bisschen zumindest mit meinen Erwartungen spielt. Denn ich sehe halt sowas wie Sexarbeiterinnen, wie ein Oligarchensohn, der wirklich mit Geld um sich wirft, als ob es kein Morgen gäbe, der viel Drogen nimmt. Und ich baue mir in meinem Kopf schon so zurecht, was wird passieren? Und vieles davon passiert dann auch. Aber einige Sachen unterwandert der Film dann teilweise auch. Als Beispiel, du hast es ja schon in deiner wunderschönen Genopsis gesagt, dass die Eltern von Ivan irgendwann sagen, Leute, nee, nee, hier heiraten ist nicht. Und dann werden halt Leute ausgeschickt, um diese Heirat zu annullieren. Und in meinem kranken Geiste dachte ich mir sofort, oho, jetzt wird es brutal. Jetzt kommt hier Schrägstrich Russenmafia, Schrägstrich Russenschläger. Und es wird, sie kommen ja dann auch. Aber die sind halt ganz anders charakterisiert, als wie ich es gedacht habe. Und ich war erstaunt, wie gut der Film da die Belongs hinbekommt, zwischen einer, für mich zumindest, gut funktionierenden Dramaturgie, aber auch einer wirklich amüsanten Komik. Auf jeden Fall. Also ich fand, das war ja Slapstick-haft schon. Actually war das der Teil, der mir am besten gefallen hat. Auf jeden Fall. Also ich fand den auch großartig. Also das war jetzt keine Kritik von mir. Das war einfach nur so eine Zusammenfassung. Also ich fand gerade, guck mal, am Anfang hatten wir diese superschnellen Schnitte. Man hat ja gar nicht so zusammenfassen können, oder man könnte gar nicht sagen, war das jetzt ein Tag? Waren das zehn Tage aus dem Leben von der Nora und ihren Freundinnen und Arbeitskolleginnen? Oder war das, welche Zeitspanne ist das? Das konnte man gar nicht so fassen. Und es wirkte wie so ein Rausch, durch den wir mitgenommen wurden. Bis hin eben zu dem Zeitpunkt, als diese Schläge auftauchen, dann diese harte Realität reinkommt. Und die Kamera anders wird, die Einstellungen werden anders. Und man ist an so einem Punkt, an dem man sich denkt, okay, ich glaube, wir sind jetzt gerade hier alle wach und auf einmal nüchtern und sehen uns dem Ernst der Lage entgegengesetzt. Gut, jetzt wegen der Schnitttechnik, das ist mir gar nicht mal so bewusst gewesen tatsächlich. Aber ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, tatsächlich finde ich es eigentlich einen ganz guten Einwand zu sagen, dass mit der Schnittweise halt auch nochmal eine optische Spiegelung dessen dargestellt ist. So, okay, wir müssen der ganzen Sache jetzt mal mehr Ruhe geben. Und jetzt kickt halt mal mehr Realität. rein, also nochmal eine andere Realität. Finde ich ganz interessant. Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt tatsächlich. Ich fand halt, als diese Schurken, ich nenne sie jetzt mal Schurken, reinkamen, hat es eine ganz andere Dynamik angenommen. So, sie wusste gar nicht, was abgeht. Ihr Mann, ihr Mann haut ab und verschwindet einfach. Ihm ist alles egal. Und sie sieht sich in Angst und Schrecken, weil eben wie, ja, was du schon gesagt hast, die ganzen, ich sag jetzt mal, dieses Dreiergespann von Schurken steht vor ihr. Sie hat panische Angst in den Augen und denkt, sie wird gleich hier ermordet, erdrosselt, was auch immer. Dabei wissen die drei auch nicht so richtig, was sie mit ihr machen sollen, außer, dass sie diese Ehe annullieren müssen irgendwie. Und das fand ich halt so spannend, dass man in seiner Erwartungshaltung da sitzt und denkt, oh Gott, gleich muss sie dran glauben oder irgendwas anderes passiert. Und dann ist es einfach nur Slapstick. Aber da sind wir doch wieder bei einem Thema, was wir, also wir waren gestern in einer anderen Vorstellung, wir dürfen da ja noch nicht drüber reden, aber da sind wir doch wieder an dem gleichen Punkt. Es kommen im Prinzip ein paar, ja, russische, kasackische Schläger und was macht sie? Sie bleibt einfach da und sagt so, nein, das ist, das ist jetzt mein Haus, ich wohne jetzt hier. Und auch wenn ihr Mann abhaut, sie unternimmt gar nichts, um irgendwie ihre Sachen zu packen und stiften zu gehen. Aber ich habe sie halt so kennengelernt, als auch Kämpferin. Also das ist für mich, diese Nora ist für mich eine Figur, die, und das macht bei der Film mit ganz vielen Kleinigkeiten deutlich, jemand ist, der Zeit ihres Lebens wirklich kämpfen musste, die sich auch nichts gefallen lässt. Das siehst du im Privaten, wenn sie da, glaube ich, mit ihrer Schwester oder irgendeiner Verwandten zusammen wohnt, aber genauso, wenn sie mit Leuten interagiert während ihrer Arbeit, die sie nicht abhaben kann. Deswegen war das für mich, also mich hat das gar nicht so sehr verwundert. Für mich war Nora immer eine Figur, die ganz klar ihren Mann gestatten hat, um es mal so auszudrücken. Und was dazu kommt, was ich auch ganz wunderbar finde, die Situation, die dann immer mehr eskaliert und Sam sagte gerade eben Slapstick. Aber das ist eine andere Art des Slapstick. Das ist, es wirkt nicht so wie überinszenierter Slapstick. Es wirkt, als ob es sich organisch einfach ergibt. Und vor allem, ich lache in dem Moment nicht über sie. Sie tut mir eher gesagt auch ein bisschen leid, weil ich auch dachte, sie ist auch ein bisschen überfordert. Ich meine, wer wäre das nicht? Aber ich lache über die Situation, die da entsteht. Mir tut sie wirklich leid. Ich lache nicht darüber, dass sie da mit den Leuten kämpft und teilweise den armen, den bösen Russen ins Gesicht tritt oder so, sondern wirklich über die Situation. Es ist halt für mich so, warum ich auch in dem Moment lachen musste, als sie dann anfängt, da dem einen blaues Auge zu verpassen und mit dem anderen da zu kämpfen, der sie dann auf einmal da runterdrückt. Da dachte ich nur, ich glaube, man stellt sich Kämpfen vor, wie in Actionfilmen, aber im Real Life sieht es genauso aus wie da. Jeder ist einfach dumm und dämlich und versucht, nicht den anderen irgendwie zu ermorden, aber sich trotzdem aus irgendeiner Gefangenschaft zu entreißen. und das hat einfach mich zum Lachen gebracht, weil ich dachte, ja, ich glaube, ich würde mich genauso dumm anstellen wie dieser russische Schurke, der sie festhalten möchte. Ja. Also, wenn ich mich recht erinnere, war es ja auch so, dass das Kino war relativ voll, wo wir gesehen haben und wir waren ja nicht die einzigen, die gelacht haben. Und ich hatte auch das Gefühl, dass, also, ausgehend von den anderen Filmen des Regisseurs, dass Sonora auch wirklich, obwohl er schon sehr speziell ist, durchaus das Zeug hätte auch einem etwas breiteren Publikum gefallen zu können. Oder seht ihr vielleicht, dass er dann doch zu Special Interest ist? Also, ich glaube, zum Thema breites Spektrum an Leuten, die ihn gucken könnten, ich sehe den eher bei jüngeren Leuten als jetzt zum Beispiel bei, ja, Leuten der Altersklasse von meiner Schwester zum Beispiel. Die ist, die ist Ende, Ende 40 so. Ich würde den Film wahrscheinlich eher weniger gucken, weil sie halt mit dem, in Anführungsstrichen, Original Pretty Woman halt aufgewachsen ist und auch nicht so hundertprozentig an diesem Zeitgeist, von dem ich vorhin gesprochen habe, mit dem, was passiert in der verschlossenen Tür dran ist. Das ist meiner Meinung nach, wie ihr halt auch schon gesagt habt, eher so ein Gen Z Pretty Woman filmmäßig. Also, mit meinen Eltern würde ich ihn auch nicht gucken. Das ist wieder so diese, es kommt irgendwo, du guckst Der Bergdoktor und plötzlich ist da eine Liebeszene und du schaltest schnell um. Jetzt wird es unangenehm. Ey, nichts ist schlimmer, als mit seiner Mutter Sex in den Kino zu gucken. Da kann ich dir Geschichten erzählen, das willst du nicht sehen. Ja, das ist unangenehm. Nee, also, ich sag mal so, ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass so Leute, die früher viel Raven waren, so in den 90ern, Anfang 2000er, dass sie das schon doch noch mitnehmen könnten. Also, gerade für die, die viel feiern gehen, die können, also, jeder hat mal, wenn er Party machen war, irgendwen gesehen, der irgendwelche Drogen konsumiert hat. Es kommt leider Gottes vor. Und ich glaube, man kann sich das, man kann sich das schon gut vorstellen. Ob da jetzt jeder mit relaten kann, glaube ich nicht. Muss man ja auch nicht unbedingt. Man kann sich ja auch einfach mal brieseln lassen. Ich könnte mir vorstellen, mit dem richtigen Marketing kann man auf jeden Fall mehr Leute ins Kino locken. Ich hab halt am Anfang gedacht, ich hab mir nicht viel durchgelesen. Ich bin da immer so ein bisschen eigen. Ich guck mir sehr wenig Trailer an und so vom Film. Und ich dachte, okay, ist das irgendein Liebesfilm? Ist das jetzt so, wirklich so Pretty Woman mäßig? Aber dann saß ich im Film, dachte, okay, das ist eine ganz andere Art von Film. Aber ich dachte jetzt nichts Schlechtes darüber. Ich dachte nur in dem Moment, okay, ich hab was ganz anderes erwartet. Ist aber auch nicht schlimm. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen über russische Gangster lachen, die versuchen, eine Frau und ihren Mann zu trennen. Nee, ich kann mir schon gut vorstellen, wie gesagt, dass, ja, ich will jetzt kein bestimmtes Alter sagen, aber schon ein größeres Publikum, den sieht. Aber wie Marco schon sagt, ich glaube, sehr viel Ältere, die vielleicht nie groß feiern waren oder auch nie so dieses Leid gesehen haben, ich glaube, die können sich da nicht so richtig reinfühlen. Ja, also ich möchte jetzt hier nicht behaupten, dass alte Leute nie richtig feiern waren. das nicht. Das muss ich hiermit richtig stellen. Das ist, das ist nicht die Meinung des Tele-Stamm-Trists. Das habe ich gesagt. Aber ich verstehe, was ihr meint. Ich verstehe, was ihr meint. Ich fand es ganz amüsant, weil ich war ja auch mit Begleitung da und meine Begleitung, die nehme ich halt immer mit und erzähle ihm aber meistens nicht so richtig, was das für ein Film ist, weil er es ehrlicherweise auch meistens nie wissen möchte. Und er meinte dann hinterher, als wir jetzt nach Hause gefahren sind, dass er am Anfang dachte, was ist jetzt los? Weil der Film fängt halt wirklich an, dass du wirklich barbusige Frauen siehst, die sich halt auf Männerschoßen regeln. Aber dazu läuft halt irgendwie ein Take-Dead-Song. Und das ist halt schon so diese, ja, dieses Naturell des Films. Du hast so dieses, ich möchte nicht sagen das Verboten, aber es hat immer so ein bisschen was Anrüchiges, halt eben auch, weil es halt um Sexualarbeiterinnen auch einfach geht. Und gleichzeitig hast du diese Lust einfach am Gefühlskino. Also das ist ein Film, der ganz offen auch dazu steht, dass er jetzt einfach von dir auch, also dass er bei dir zumindest Gefühle evozieren möchte. Und ich muss ehrlicherweise sagen, das hat bei mir wirklich vollumfänglich funktioniert. Diese Montage, wenn Nora und Ivan gerade glücklich in Las Vegas sind. Natürlich komplett unter Drogen, aber irgendwie habe ich das genossen. Ich fand das schön. Ich war wirklich in diesem Modus, in diesem Märchenmodus. Ich hatte mir kurz gewünscht, dass es glücklich ausgeht. Wobei mir halt auch da, ich glaube, wie jedem anderen auch klar war, nee, das wird wahrscheinlich jetzt nicht die Liebe für immer sein. Aber in dem Moment, in dem sie da in Las Vegas stehen und einfach die Zeit ihres Lebens hatte, hat mich das tatsächlich emotional berührt. Und normalerweise berührt mich nichts emotional. Normalerweise bin ich ein Stein. Wenn du aber eine Happy End Version von Enora sehen würdest, dann könnte ich dir hier von Zac Efron den Film We Are Your Friends. Nee, den fand ich furchtbar. Ja, aber das ist ungefähr der gleiche Tenor. Nur halt in Happy, also in Positiv. Ja, aber was halt Enora einfach auch noch hat, was halt We Are Your Friends nicht besitzt, wie gesagt, ich habe den echt nur einmal gesehen, als er damals im Kino lief. Ich mag halt auch diese Ästhetik, die Sean Baker hier hat. Das hat so was Ungeschliffenes, so was Echtes. Der hat ja wirklich seine Karriere damit angefangen, dass er Filme mit dem Handy gedreht hat und auch wirklich dann in dem Milieu, in dem der Film gespielt hat, auch wirklich dann quasi gelebt hat und mit den Leuten da auch gedreht hat. Und Enora ist jetzt so, kann man sagen, seine bislang größte Produktion. Aber auch da, finde ich, merkt man sehr, dass der wirklich vom Independent Film kommt, also wirklich vom richtigen Independent Film. Und diese Schroffheit hat dieser Film trotz allem. Also der ist wesentlich hochglänziger als seine anderen Filme. Hochglänziger, auch ein schönes Wort. Aber ich finde, dass er trotz allem noch diese Natürlichkeit hat, dieses Schroffe. Du merkst einfach, da ist jemand dabei, der mit der Kamera auch wirklich mal ganz nah an die Gesichter geht und der letztlich sich immer die Frage stellt, die Motivation der Figur und vor allem, wie geht es dieser Figur gerade? Und das ist eine Qualität von Sean Baker, die ich ihm bei jedem seiner Filme wirklich hoch anrechne. Ja gut, ich hatte halt auch das Gefühl beim Schauen, am Anfang hast du halt diesen Glanz, Glamour, wo sie da tanzt und dann ist alles bunt und schummrig. Das hat sich halt gewandelt, sobald diese harte Realität da war. Und ja, ich hatte, was du vorhin gesagt hast, als sie dann in Las Vegas waren, da dachte ich auch so, ach, ich wünsche ihr schon irgendwie, dass sie aus diesem Loch rauskommt und dass sie neues Leben anfangen kann. Ich glaube nur nicht, dass es passiert. Weil ich jedes Mal im Hinterkopf hatte, die beiden stehen da und lachen, aber das ist alles den Drogen geschuldet. Es ist nicht das, weil er sich sonderlich für ihren Charakter oder für, weiß ich nicht, ihre Lebensgeschichte interessiert oder umgekehrt. Ich glaube, sie hat einfach nur die Situation genutzt, er hat die Situation genutzt und ich glaube, ihr lag schon etwas mehr an ihm als umgekehrt. Deswegen hat sie auch da so ein bisschen rumgekämpft, weil ich glaube, sie konnte sich das schon gut vorstellen. Aber ich glaube, ihre Motivation war eher dieses, ich muss hier raus und dieses Leben gefällt mir und hier passe ich rein. Also ihrer Meinung nach. Und ich habe, wie gesagt, zwischendurch auch gedacht, ach komm Mädchen, hab dein Glück, ist egal, auch wenn es nur ums Geld geht, ich gönne es dir von Herzen. Es geht immer nur ums Geld. Aber dann hat man den Drogentrip verlassen und dann war es alles anders. Ja, das stimmt. Und ich möchte das nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wirklich die letzte Szene ist. Aber ich fand die letzte Szene auch deswegen so stark, weil ich dann auch das Gefühl habe, okay, jetzt ist so das letzte Blatt gefallen, jetzt hat sie auch registriert. Sie hatte quasi den Lottoschein mit den sechs richtigen. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht nicht wirklich so richtig, richtig, richtig in ihn verliebt war. Es war aber einfach das Ticket raus aus ihrem Leben. Und sie hatte, also es ist natürlich kein, also der Film ist kein Elendsporno. Weißt du, der zeigt nicht so, wie schlimm das alles ist. Das macht er gar nicht. Aber du siehst schon, sie hat halt nicht das Traumleben, sage ich mal. Und sie hatte diesen Lottoschein in der Hand. Sie hatte ihn in der Hand. Sie hat dafür alles getan. Sie hat dafür gekämpft. Aber am letzten Endes hat sie dann einfach diesen Kampf, ich will nicht sagen, sie hat ihn verloren, weil ich glaube, sie hat einfach aufgegeben, klingt auch irgendwie so falsch. Sie hat alles Mögliche getan, aber am Ende, ja, hat die Realität halt dann doch gesiegt. Und dass sie dann am Ende doch noch so, ich möchte nicht sagen, Trost findet, aber dass sie es so ein bisschen ausleben kann, auch diesen Schmerz, den sie hat, fand ich eine sehr schöne Geste von Sean Baker. Auf jeden Fall. Also besseres Ende als, ich weiß nicht, jeder geht seiner Wege und Kamerafahrt in den Sonnenschein, hier weiß ich nicht, Sonnenaufgang oder wie auch immer, weil die Nacht dann zu Ende ist. Definitiv, ich fand es auch stark, wie kalt die Szene wirkte für mich, so farblich gesehen. Also der ganze Abschluss wirkte, also ich hatte so das Gefühl, dem Film entwich die Farbe, sowie auch dann die Hoffnung entwich. Klingt jetzt sehr poetisch, ich weiß, aber so hatte ich das Gefühl, weil es am Ende nur noch eine ganz kalte, kühle Szene war, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es war auch sehr, sehr kalt. Ja, wobei, das mit der Kälte würde ich gar nicht so unterstreichen, weil der Film lässt jetzt zumindest Hoffnung, dass sie zwar nicht reich wird, aber vielleicht noch jemanden findet, der mit ihr ein Stück ihres Lebens noch weitergehen wird. Ja, das schon, auf jeden Fall. Was du gerade gemeint hattest, du von wegen, ähm, ja, also dieses, dieses dreckige Leben, in dem sie halt ist, das würde so passend dargestellt werden, ich finde, das hätte man mehr zeigen dürfen, als dann, ja, ich sag mal jetzt, Intro, bis sie ihn kennenlernt, ähm, bis hin zu die, äh, ja, Schläger kommen, ähm, war eigentlich viel zu viel für meinen Geschmack und man hätte mehr in den Anfang stecken können, um eben ihr dreckiges Leben zeigen zu können. Hm. Also das hatte mir tatsächlich, hätte mir das mehr gegeben, glaube ich, Ja. als diese exzessiven Feiereien und, ähm, ja, exzessive. Hm. Kann ich verstehen, aber ich weiß nicht, warum, ich hatte immer das Gefühl, ich weiß genug über sie, ähm, aber vielleicht einfach, weil ich den Film in der Phase gesehen habe, wo ich einfach Bock auf Party hatte, das kann natürlich sein. Okay. Ich meine, ich saß mit euch bei einem Kino und da war mir klar, ja, mit Marco und Sam im Kino, jetzt heißt eins Party Time. Yeah, let's go. Yeah. Ja, aber ich, ich weiß, was du meinst, ich, ich verstehe das und ich meine, der Film geht ja auch wirklich über zwei Stunden und du, Marco, hast ja schon gesagt, dass er für dich ein paar Längen hatte, für mich hatte er überhaupt gar keine Längen, aber ich frage mich auch, hätte es dem Film vielleicht nicht, es hätte mir, glaube ich, nicht geschadet, wenn man vielleicht noch so fünf bis zehn Minuten ein bisschen mehr in Nora Alltag bekommen hätte. Ja. Ich glaube, ich glaube, das hätte vielleicht noch was dazu geholfen. Sehe ich genauso. Sie ein bisschen zu verstehen, ja. Ich meine, man hat sehr viel Zeit, man hat sehr viel Zeit im Club verbracht, das schon, da sieht man ihren Alltag im Club und ich glaube, sie war in der ganzen Zeit ein oder zweimal zu Hause und es waren immer nur ganz kurze Szenen. Im Club ist sie halt die Harte, die sich beweisen muss gegen ihre Konkurrentin, die ja immer da eifersüchtig neben ihr steht und dann kann sie nicht mehr in Ruhe essen, wird dann abgezogen zum nächsten Kunden, zum nächsten Kunden und sie versucht sich da zwar so zu etablieren, aber auch da gelingt es ihr nicht so wirklich und ich finde, hätte man noch ein bisschen mehr Alltag gezeigt, wie Markus gesagt hat, ich glaube, es hätte noch ein bisschen mehr geholfen, hätte sie vielleicht noch ein bisschen sympathischer gemacht. Ich will nicht sagen, dass sie unsympathisch war, auf keinen Fall, aber es gab so Momente, da dachte ich, ja gut, weiß ich jetzt nicht, ob ich da jetzt so mitfühlen kann, aber das war auch eher so in der Mitte des Films, später ging es dann wieder. Sorry, es hätte halt vielleicht auch mehr geholfen, wenn die Schwester oder die Arbeitskollegin aus dem Club, wenn eine von den beiden noch ein Kind gehabt hätte. So dämlich das jetzt vielleicht klingen mag, von mir, aber wenn du halt siehst, wie halt, ja keine Ahnung, ein Kind die ganze Zeit schreit, vermittelt das ja schon mal unterbewusst, immens so, da läuft irgendwas nicht hundertprozentig. Also irgendwas ist da, dass das Kind halt am Schreien ist. Und jetzt stellt euch mal vor, ihre Arbeitskollegin hätte einfach ein Neugeborenes mit in den Club reingebracht. Ich glaube, dann hätte man nochmal deutlicher, obwohl die Szenen genau die gleiche Länge gehabt hätten, obwohl keine anderen weiteren dazugekommen wären, hätte man dennoch gewusst, irgendwie ist es schon eine ziemlich beschissene Situation, in der alle stecken und hätte dem Ganzen nochmal mehr Dreck unter dem Fingernagel verpasst. Ja, wobei, wie ich gerade eben sagte, der Film ist jetzt keine, mir fällt kein besseres Wort dafür ein, Elendspornografie. Also mir hat es eigentlich ganz gefallen, dass er zwar zeigt, pass auf, das ist hier ist nicht Cinderella's Wunschschloss und das ist auch ganz bald weg von Disney World, aber es ist jetzt auch nicht so dieser Moloch, den sich halt viele unter dieser in Anführungszeichen Sexarbeit vorstellen. Ich glaube, das mit dem Kind, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, mir wäre das dann wieder zu viel gewesen. Ich wollte es ja hier nochmal einbringen. Du, ich finde das auch ganz toll, dass du dich hier einbringst, Marco. Bei einem Podcast. Obwohl ich in der letzten Reihe sitze, hinten mit meinem Tefal-Grill. Lass uns bitte auf jeden Fall noch mal reden über die Hauptdarstellerin Mickey Madison. Die kennen einige von euch vielleicht noch, die hat eine kleinere Rolle in What's Upon a Time in Hollywood und eine wesentlich größere Rolle in Screen 5. Ich würde jetzt aber lügen, wenn ich sagen würde, dass sie mir wirklich jetzt vor Anora ein großer Begriff war. Ich mache es kurz. Ich fand sie ganz fantastisch. Marco, was sagst du zu Mickey Madison in Anora? Ich habe sie die ganze Zeit, habe ich überlegt, woher ich sie kenne und wie du auch meintest, so in den anderen Filmen vorher, ich hätte sie nicht damit in Verbindung gebracht. Also sie ist auf jeden Fall als Schauspielerin definitiv in dieser Rolle hat sie Potenzial größer zu werden, vielleicht nicht nur so Rollen zu spielen, aber ja, ich fand sie, sie hat ein gutes Auftreten gehabt und jetzt nicht, weil sie sehr viel Haut gezeigt hat, sondern wie sie halt, ja wie soll ich das sagen, so diese, diese, dieses Auftreten, man hat halt schon gemerkt, so okay, gut, auch wenn sie jetzt halt eine Erotik-Tänzerin ist, aber egal in welchen Raum sie halt reinkommt, sie fühlt sich wie der Boss und das hat sie sehr gut rübergebracht und das ist glaube ich auch was, was der Film dann auch irgendwo vermitteln soll von ihr als Charakter, würde ihr auf jeden Fall eine positive Bewertung ins Zeugnis geben für die Leistung von Anora. Okay, Sam, wie sieht dein Zeugnis aus für Mickey Mellison? Ich habe auch während des Films die ganze Zeit überlegt, woher ich sie kenne, aber dann hatte sie in einer Szene so einen richtig irren Blick und dann kam es mir so, ach ja stimmt, Once Upon a Time in Hollywood, muss ich ehrlich gestehen und dann dachte ich, okay, ja gut, zwischendurch dachte ich, hm, kaufe ich ihr das so ab, aber dann mit der Zeit, so als der Film voranschritt, da finde ich, hat sie schon bewiesen, dass sie sowohl die Situationskomik sehr gut umsetzen kann, als auch die ernsteren Momente und ich fand sie sehr stark. Ich glaube, ich könnte mir sie sehr gut vorstellen in Dramen, so, nicht jetzt nur dieses ich bin das süße, sexy Mädchen, das jetzt hier total toll in kurzen, knappen Kleidchen aussieht, sondern vielleicht auch was Ernsteres, könnte ich mir sehr gut vorstellen und ja, etwas vielleicht fernab von Anora und ich finde, sie hat da gut brilliert und ich fand auch, wenn sie getanzt hat, krasse Choreografie, also Respekt, sie kann sich auf jeden Fall bewegen, das fand ich sehr, sehr cool. Also ich fand sie wirklich, wie gesagt, famos, weil ich habe ihr alles abgekauft, also wenn sie geweint hat, dann war ich davon überzeugt, sie ist jetzt traurig, wenn sie dem Typen ins Gesicht schlagen wollte, war ich davon überzeugt, sie wird dem Typen jetzt ins Gesicht schlagen, das war wirklich großartig. Ich möchte aber auch noch sagen, dass ich auch die anderen Darsteller, Darstellerinnen echt toll fand, vor allem diesen, oh Gott, Juri Burisov, ich habe es mir extra aufgeschrieben, in der ihn Igor gespielt hat, ich liebe ihn, ich habe ihn sehr, sehr geliebt. Das ist, glaube ich, so der heimliche MVP des Films, weil ich sagte ja schon, dass der Film auch mit, also mit meiner, vor allem Erwartungshaltung auch oft gespielt hat und die Figur des Igor ist halt sensationell. Wie der, wie der Darsteller das hinbekommt, dass ich wirklich in der einen Szene wirklich Respekt vor ihm habe und in der anderen Szene mir denke, oh ich würde den gerne knuddeln, ist halt großartig. Ich fand ihn einfach nur stark, er hatte halt so ein Auftreten, er taucht auf, man denkt sich, oh Gott, gleich holt er, keine Ahnung, eine Knarre raus und ist vorbei und in der nächsten Szene ist er einfach so, so liebevoll trottelig, dass ich bedenke, oh Gott, irgendwie hat er die ganze Zeit Augen für sie und, aber in der nächsten, im nächsten Moment zerschlägt er wieder irgendwas mit einem Baseballschläger. Ja, es ist auch immer so, wirklich so super, wenn sie versuchen, ihn irgendwie zu reizen, irgendwie so zu triezen, so versucht so ein bisschen aus sich rauszukommen und wie eiskalt er sie dann jedes Mal abblitzen lässt, finde ich auch toll. Wirklich, also für Igor schlägt auch mein Herz, wobei ich jetzt hier auch noch die beiden anderen, Garnik und ich glaube, Torus hieß der andere, die drei sind wirklich, also die drei Stooges aus Russland, so kann man sie vielleicht grob beschreiben, die auch mit dafür sorgen, dass der Film, obwohl er natürlich eine sehr traurige und auch dramatische Thematik hat, wie gesagt, stellenweise auch einfach nur unglaublich charmant und witzig ist. So ein kleiner Roadtrip hatte ich das Gefühl. Stimmt, ja, genau, wirklich, also toll. Ihr Lieben, auf meinem imaginären Zettel steht ansonsten nichts mehr, aber ich möchte euch natürlich nicht den Raum jetzt nehmen, dass ihr noch irgendwie was sagen könnt, was euch unter den Nägeln brennt zu Anora. Also wenn ihr wollt, was habt ihr noch? Oder seid ihr auch jetzt erstmal fertig? Was jetzt gerade noch von euch gesagt wurde mit den drei Stooges aus Russland, grundsätzlich, sobald dieses Vierergespann halt mehr oder minder omnipräsent ist, alle vier, allen vieren, kaufe ich diese Rollen, die sie in dem Moment spielen, zu 100 Prozent ab. Und ich glaube, und jetzt nicht nur wegen der Rolle, die dahinter steckt, sondern auch von der Darstellung her, fand ich jetzt die von dem Oligarchensohn. Die fand ich, also ich meine, es ist immer richtig, wenn ein Schauspieler, wenn du ihm danach ins Gesicht schlagen möchtest, dann hat er eigentlich 100 Prozent seiner Arbeit richtig erledigt. Aber das, boah, der, nee, nee, also da sage ich ganz ehrlich, lieber, lieber nochmal einen separaten Film über Igor Garnik und Thoros, so als Spin-Off, das wird natürlich niemals in den Kinos landen, aber das würde ich so unglaublich gerne sehen, weil ich glaube, mit den dreien, so professionell, wie sie auftreten, so trottelig sind sie dann, so viel Pech und Glück haben sie und in dieser, dieser Verbindung zu Nora hat es das Ganze einfach so abgerundet, dass ich wirklich sagen muss, Chefs Kiss, ein Regisseur und ein Drehbuch. Ich muss ja auch sagen, ich glaube, warum ich den Ivan als in Anführungszeichen schwächste Figur nennen würde, liegt einfach daran, weil diese Figur, auch vom Drehbuch her, der hat halt keine Empathie, wenn man mal genau drauf beachtet. Der kennt halt nur sich. Absolut. Und da sind die, selbst dieser, dieser Thoros, der ja, der, wenn man so will, so der Anführer ist und der ja eigentlich dann auch eher ein sehr konservatives, konventionelles Weltbild vertritt, selbst der hat ja immer mal wieder ein paar empathische Züge, ja. Und, aber Ivan, da merkt man einfach, puh, also wenn, wenn das nicht Russland wäre, sondern Westeros und der Berländer ist da, könnte man ihn, hätte der gute Chancen, ein, wie hieß der Typ, ein Joffrey zu werden. Ich fand halt, also anfangs war er noch ganz, ganz lustig, ne. Ich meine, das sollte er, glaube ich, auch darstellen mit seinem, ich game hier und dann kippe ich mir wieder ein und dann schmeiße ich mir das ein und dann denkt man sich, ja okay, aber spätestens als er abhaut, denke ich mir so, puh, was ein, äh, unangenehmer Mensch, um es nett auszudrücken, aber ja, Arsch passt ganz gut. Ja, ähm, er hat halt, ist alles zerschmettert, ne, auch ihr Gesicht, als er nicht ans Telefon geht, als er nirgendwo auffindbar ist, ähm, als er dann, äh, ja, ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, unterwegs ist und sie ihm eigentlich egal ist, da wird eigentlich auch klar, äh, ihm ist eigentlich nur wichtig gewesen, die Situation zu nutzen, funktioniert nicht mehr, also haut man ab, so wie er ja auch, ich denke mal, äh, vom Elternhaus allgemein abgehauen ist und sich, äh, vor seiner Verantwortung zu drücken, so drückt er sich dann vor Nora und, äh, nochmal seinen Eltern. Glaubt ihr, dass er vielleicht so ein Arsch ist, weil er einfach nicht erzogen worden ist? Ich meine, wie alt ist der? 18, 19 und die lassen den einfach gefühlte Monate lang einfach, äh, in New York in ihrem Strandhaus wohnen? Ich, er hat, glaube ich, einfach extrem viele Freiheiten, er kann ja machen, was er will, er hat ja, er wird zwar kontrolliert hin und wieder, aber jetzt, so, wenn jetzt einmal im Monat einer, äh, nach einem sieht und man hat einen unendlichen Pool aus Geld, ähm, Häusern, Autos, etc. Ja, ich glaube, und da keine Erziehung stattfindet, das ist unvermeidlich. Also, ich glaube, keine Ahnung, stellt euch vor, eure Mutter lässt euch einen Tag alleine, ähm, lässt euch 10 Euro da und sagt, kauft euch aber bitte Brokkoli zum Essen. Werdet ihr bestimmt machen. Hat sie gemacht. Ja, ja, ich erinnere mich. das ist ja nur in einem größeren Ausmaße das. Hm, ja, also, es ist, also, das ist so eine Frage, die mir halt hinterher erst gekommen ist, wo ich echt dachte, okay, ich mag die Figur des Ivan nicht und das ist ja auch wirklich, glaube ich, auch beabsichtigt vom Film und dann dachte ich mir so, woran liegt es, dass er so ist, wie er ist und ich als Hobbypädagoge, der keinerlei Erfahrung hat mit Pädagogikindern und Sonstigem, glaube halt einfach, das ist, glaube ich, echt ein Fehler der Eltern und die Eltern, die lernen wir ja auch noch kennen und wenn es in dem Film wirklich etwas gibt, was komplett zu 100% Klischee ist, ist es ja Ivans Mutter. Auf jeden Fall. eines jeden guten Jungen ist doch seine Mutter. Tja. Ne? Soll er mal dir mal feiern gehen? Kommt drauf an, wo. Also, in die Bar, wo Nora arbeitet, würde ich meine Mutter jetzt nicht mitnehmen wollen. Das ist, glaube ich, eher, nee, lass das mal besser sein. Okay. Sonst noch irgendwas, über das ihr reden wollt? Über den Soundtrack würde ich gerne noch ein paar Worte verlieren. Dann lass uns doch noch mal kurz über den Soundtrack reden, lieber Marco. Marco, was möchtest du sagen über den Soundtrack? Den fand ich gut. Nee, also tatsächlich, ähm, ich hab danach mal nachgeguckt, von wem der Haupt-Soundtrack und das Intro-Lied ja auch ist und ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass, äh, Robin Schulz war es, glaube ich, so einen Banger tatsächlich produziert. Ich glaube, das ist aber auch in Verbindung mit noch ein paar anderen Leuten zusammen gewesen. Ähm, kann ich mir sehr gut für potenziellen Sommerhit vorstellen, ja, dann im nächsten Jahr zu irgendwelchen Open-Air-Festivals und auch ansonsten diese ganze Hintergrundvertonung. es gab sehr, sehr viele ruhige Szenen, ähm, war natürlich auch optimal, vor allem, weil ja auch sehr viel, also der Film war ja auch stellenweise sehr, sehr laut und wurde sehr viel geredet, sehr viel geschrien, ähm, aber zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, welche Szene ich, ich glaube, als wir ja am Pier unterwegs sind, ähm, da ist es ja stellenweise sehr leise, sehr ruhig und das Einzige, was man halt hört, ist eine musikalische Untermalung des Meeres. So, ähm, absolut ausreichend, absolut ausreichend und, ähm, ja, keine nervigen Zwischenlieder für mich persönlich, wo ich einfach sagen muss, so, ja, okay, warum muss da jetzt irgendwie noch schnell, keine Ahnung, irgendeinen Song laufen, nur damit man noch Lizenzgelder ausgegeben hat, äh, fand ich sehr entspannt, aber halt auch, wie gesagt, so, ein Haupt-Soundtrack und der Rest, ähm, ja, wenn's gebraucht wird und nicht, wenn man unbedingt jetzt noch irgendwo was reinschallern muss. Was ich halt wundernswert fand, ich hab ja schon erwähnt, der Film fängt an mit diesem Take-Dead-Song und es ist ja einer der späteren Take-Dead-Songs, ist jetzt kein Back to Good, aber welcher Song mir nach der Sichtung des Films nicht aus dem Kopf ging, war, das war damals so ein Skandal-Pop-Song, Tattoo, All the Things She Said, falls ihr euch da noch erinnern könnt. Das war, und tatsächlich hab ich dann drei Tage später mir den Song auf YouTube oder so angesehen, das Video und dachte mir, da war doch irgendwas und dann bin ich in so ein kleines Rabbit Hole gefallen, weil da ja wirklich ganz viel Skandal war und Eurovision Song Contest und was ich und wir sind lesbisch und dann waren sie es doch nicht. Ach, das war eine kleine, schöne Zeitreise zurück in die 90er. War es Anfang 2000? War es tatsächlich? Gott, ich bin alt. Aber jetzt, wo du es sagst, ich hab jetzt nochmal nachgeguckt, tatsächlich ist dieser Take-Dead-Song, von dem du redest, geremixed worden von Robin Schulz. Das ist im Prinzip eine Neuauflage. Okay. Das ist ein Rework mit Cullum Scott. Da kannst du mich vielleicht mal kurz abholen, weil Robin Schulz sagt mir gar nichts. Wer ist das? Okay, boah, Robin Schulz, wo fange ich denn da an? Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz investigativ investigieren, damit ich hier nicht was Unnötiges erzähle. Genau. Robin Schulz ist tatsächlich seit, boah, wann ist der aufgetaucht? So das erste Mal, ich möchte mal behaupten, 2012, echt? 2011, 12, so in dem Bereich, mit relativ entspannter Deep House-Mucke, das ist jetzt absolut Halbwissen gerade, wie ich es so in meinem, in meinem Kopf zusammenkrümel, und ist mit der großen EDM-Welle, also für dich, das heißt Electronic Dance Music. Ah, okay, ja. Das ist diese Drogenmusik, nicht wahr? Genau, genau. Ja, die, die am Anfang lieben. Mit der großen EDM-Welle hat er dann auch sein musikalisches Genre ein bisschen angepasst. Und ist für mich persönlich so in den letzten Jahren wieder untergegangen und kam jetzt eben mit diesem Edit dann wieder raus. Ich glaube, das berühmteste Lied ist Prayer in Sea, das kam 2014, das war auf jeden Fall ein Sommerhit und lief rauf und runter überall, wo man war und die Leute haben es rauf und runter gehört. Also für die, die nicht kennen Prayer in Sea, läuft meistens auch auf eins live, ganz oft, so 15 Mal am Tag. Okay. 1,2 Billionen Aufrufe auf. Ich bin verwundert, dass man den Namen Robin Schulz in die Popkarriere starten kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, ich bin, was Musik angeht, bin ich wirklich der falsche Gesprächspartner, weil ich entdecke jetzt halt Musik, die ist jetzt schon 20 Jahre alt. So nicht zu spät. Du gehst also auf die Klassiker. Ich höre aktuell, denke ich, so die Talking Hats, weil ich dieses Jahr diesen Stop Making Sense gesehen habe, diesen grandiosen Konzertfilm und das ist so etwas. Ich meine, Stop Making Sense und Talking Hats sind natürlich jetzt schon älter als 20 Jahre, aber nur damit ihr wisst, wie ich musikalisch gerade so, wo ich stehe, weil ganz ehrlich, du kannst mir ein Lied von dieser, wer ist die Taylor Swift schicken und sagen, wer ist das? Ich würde es nicht wissen. So hart ist es leider bei mir. Es tut mir leid. Ich bin ein, ein schwerer, ein harter Fall. Ja, es ist, es ist schön, dass es jetzt eigentlich nach all der Zeit rauskommt. Ich bin halt ein Musik-Noop. Es tut mir leid. Jetzt ist es raus. Ja gut, du bist jetzt in besserer Gesellschaft, ja, mit uns. Gott sei Dank. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Ich glaube, wenn wir diesen Podcast jetzt beenden würden, dann hätte er etwas, was Enora nicht hat und dann nehme ich ein Happy End. Aber noch mal ganz schnell Tschüss, bevor es noch schlimmer wird. Nein, 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 nein. Wir müssen noch eine Sache erledigen, nämlich unser Fazit abgeben zu Enora, der, das sagte ich bereits am 31. Oktober in den deutschen Kinos startet. Würde jetzt einfach mal anfangen. Ja. Also für mich ist Enora ganz klar ein Jahreshighlight, ein absolutes Jahreshighlight. Ich bin aber auch, da würde ich sagen, schon sehr positiv gestimmt da reingegangen, weil ich halt eben die anderen Filme von Sean Baker wirklich gesehen habe und auch sehr genossen habe. Toll gespielt. Er war witzig, er war emotional. Ich habe viel mitgenommen so für mich und habe wirklich die Zeit in diesem Film wirklich über allemaßen genossen. Ich hatte manchmal auch so das Gefühl, ich schwebe gerade so ein bisschen und das lag nicht nur am Film, sondern auch natürlich an den herausragenden Leuten, mit denen ich diesen Film gesehen habe. Ja, ich weiß, ich kann, ich bin gut. Also, ich kürze noch mal ab. Für mich ist Enora einer der besten Filme, die ich dieses Jahr im Kino gesehen habe. Marco, mach du mal bitte weiter. Boah, ich habe gehofft, du schiebst jetzt erst mal vor, damit ich noch ein bisschen drüber nachdenken kann. Ich rieche Angst. Okay, ja, das zu Recht. Also, ich weiß halt gerade nicht, ich habe nicht so ganz auf dem Schirm, was ich dieses Jahr alles im Kino gesehen habe. Deswegen kann ich jetzt nicht so hundertprozentig den mit anderen Filmen vergleichen, um zu sagen, ob es jetzt ein, oder für mich einer der besten Top-Tent-Filme dieses Jahr gewesen wäre. Ich glaube, ich muss allerdings, ich muss leider wirklich ein bisschen ausholen. Ich finde den Film einmal sehenswert und vielleicht auch nach zwei Jahren kann man ihn sich dann nochmal ansehen. Ich würde, ich würde dem Film, glaube ich, also wenn ich den jetzt irgendwo raten sollte, würde ich ihm eine siebeneinhalb bis acht von zehn geben, als absoluter Kritikleie, was Filme angeht, tatsächlich. Willkommen an Telestaptisch. Ja, ja. Und, ähm, ja, also ich persönlich tue mir ein bisschen, also mit ein paar Dingen tue ich mir tatsächlich schwer. Hätte weniger sein können. Andere Sachen hätten wieder mehr sein können, die da waren, die vermisse ich. Ähm, grundlegend, ich hatte, ich hatte im Film, im Kino hatte ich Spaß bei dem Film und ich glaube, das ist als Laie das, was man am besten als Kritik geben kann, wenn man an einem Film Spaß hatte und einfach sagen kann, ähm, der Film hat damit seinen Zweck erfüllt, ich werde jetzt kein besserer Mensch, ähm, nach dem Film, ich werde aber auch kein schlechterer Mensch und ich glaube, somit ist ein höheres Rating, ähm, als Noob, in Anführungsstrichen, halt, glaube ich, auch ganz angemessen. Also, du hast dich heute nicht als Noob gezeigt, so viel kann ich sagen. Du hast mir Robin Schulz näher gebracht. Allein das ist doch schon viel wert. Dann haben wir beide was gelernt. Klasse. Genau, genau. Ist so ein bisschen so eine Mischung aus Kritik und Sesamstraße, habe ich das Gefühl. Sam, Anora, besser oder schlechter als Borderlands? Ich habe Borderlands nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Ach so, Deswegen kann ich dir dazu nichts sagen. Äh, ich wurde gut unterhalten. Ich fand, den, also, ich fand die zweite Hälfte, besser als die erste. Die erste war mir tatsächlich ein bisschen ein Tick zu lang, aber einfach diese vier, die da unterwegs sind, so Roadtrip-mäßig, äh, sich gegenseitig irgendwie Beinchen stellen, dann wieder unterstützen, dann, äh, diese Mischung aus Hoffnung, Tragik, Komödie, das war einfach unterhaltsam. Und, äh, ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt so zeitnah nochmal sehen müsste, vielleicht mit ein bisschen Abstand nochmal, aber ich würde gut unterhalten. Ich würde, ich würde ihn für mich als, äh, sehr gut abstempeln in diesem Jahr, in diesem Kinojahr. Ich habe nämlich dieses Jahr auch sehr viele schlechte Filme gesehen, aber, äh, ich vergleiche ja so ungerne. Deswegen, ähm, Nora hat mir Spaß gemacht und ich kann ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn man Bock hat auf dieses Genre und, ja, ein bisschen offen ist für sehr schnelle Schnitte, denn ich weiß, dass es viele stört, aber ich fand, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, diesen Wechsel von Superschnell-Schnitten hin zu eiskalte, äh, ja, wie soll ich sagen, Zeit nehmen, sich Zeit nehmen und sich Zeit lassen und eiskalten Cut zwischen Drogenrausch zu harte Realität fand ich gut und, äh, kann ich empfehlen, wer Bock hat auf diese Art von Film. Alles klar, vielen Dank. Damit sind wir hier am Ende. Was jetzt noch bleibt, ist mir an euch zu richten. Vielen Dank fürs Zuhören und auch denkt dran, wir haben auch eine Webseite tele-stammtisch.de und wie alle coolen Leute haben wir auch einen eigenen Community-Server auf Discord tele-stammtisch slash Discord. Könnt ihr gerne vorbeischauen und mit uns reden über Serien, Filme und sonstigen popkulturellen Kram und das ist natürlich komplett kostenlos, aber viel wichtiger ist natürlich die Frage, wo findet ihr jetzt diese hinreißend sympathischen Personen namens Marco und Sam gibt da doch gerne mal super, das passiert mir jedes Mal am Schluss, sorry. Alles gut. Marco und Sam findet ihr im Internet, die beiden können das besser beschreiben als ich, solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken, denn Nerdshit, das ist einfach, das ist einfach ein super Name. Dankeschön. Tut mir leid, aber Nerdshit ist einfach ein super geiler Name, weil da sind die zwei Sachen drin, die toll sind. Nerd und Hits, nur anders geschrieben. Sehr gut erkannt. Ja, okay. Also ich sage Tschüss und die letzten Worte bleiben dem Marco enthalten und der Sam. Tschüss. Mich findet ihr sowohl auf twitch.tv wie auch auf YouTube und ICQ, nee ICQ nicht mehr, aber eigentlich überall, wo es Internet gibt, unter dem Namen Jesse Neven und ja, da mache ich meistens irgendwas mit Videospielen, bin da vielleicht ganz gerne mal etwas lauter, vielleicht rege ich mich einfach über Dinge auf, die es fast nicht mehr wert sind, sich drüber aufzuregen, aber zwei Sekunden später kann man dann auch gerne mal drüber nachdenken, ob sich das Aufregen noch lohnt. Also wenn ihr Bock habt, das kleine HB-Männchen im Internet zu sehen, schaut gerne mal vorbei, würde mich freuen. Ja, mich findet ihr eigentlich überall unter Nerdshit, manchmal auch mit einem TV dahinter, weil der Name weg war oder nicht erlaubt war und ich stream auf Twitch, bin aber auch auf YouTube unterwegs und auf gängigen sozialen Plattformen, schreibe aber auch viel zu Filmen und ja, wenn ihr Lust habt, schaut einfach vorbei, bei mir geht es auch um Videospiele, Kunst, Illustrationen und eben auch um Filme und den ganzen Nerd-Stuff. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus 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 Vielen Dank.